Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, Jasmin sucht schon mal einen Weg nach oben. Ja, mit Bauklötzen. Aber sie hat sich Gedanken gemacht, ne? Wie soll ich da sonst hochkommen? Hey, klettern. Wie denn? Ich weiß nicht, ähm... Stehst du noch auf dem Bauklotz? Ja. Okay. Ah, Mist. Jetzt nicht mehr. Gut. Oh, warum? Du standst doch noch auf dem Bauklotz. Warum machst du denn das? Weil ich auch hoch möchte. Ja, kannst du vielleicht erst mal warten, bis ich die Treppe da hochgegangen bin? Also, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ja, geh doch mal weg, jetzt komm... Ja, jetzt geht's nicht mehr, weil du hier mitstehst. Warte, so. Ja, toll, und jetzt hast du mir einen Bauklotz geklaut. Hä, da kommst du doch rüber, oder? Nee. Mit Anlauf? Ich fall runter wegen dieser blöden Kette da. Warte, warte, warte. Hm? Okay. Wui. Ganz schön abgehoben. Huch. Hallo. Na, geh doch. Aber wie soll man da noch hochkommen? So, ich dachte, da wäre was drunter. Okay. Ich dachte auch erst an den Ketten festhalten, aber das geht, glaube ich, gar nicht. Nee, das geht nicht. Äh. Ich baue immer V-Blöcke. Oh, jetzt ist dieses komische Brett hier zerhoch. Oh. Ja, du hast es geschafft, Jasmin. Sehr gut. Ja, den mache ich. Alter, Lachs, hast du das gesehen? Nee. Hier, guck mal, ich habe sein Gesicht gespalten. Bleh. Er lacht. Jetzt lacht er nur noch. Ja, sieht jetzt aus wie der Joker. Er hat nicht den Arsch offen, sondern er hat den Mund offen. Wo bist du jetzt? Ja, ich baue nur die Fässer ab. Okay. Oh, hier ist voll die Treppenwürwer, ey. Das Treppenlabyrinth. Jetzt von Mattel. Oh, ne Tasche. Da ist Geld drin gewesen. Da müssen wir hoch. Ja. Alter, er drückt seinen dicken Körper wieder hier zwischen, ey. Warte, ich muss einmal was essen. Okay. Ah, Freiheit. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Ich dachte, da wäre Hauptblut drin gewesen, aber irgendwie, äh. Ah, nee. Keen Messing. Keen Messing. Ja, doof. Irgendwie brauchen das ja. Hä? Was habe ich denn? Was? Nein, auch nicht. Ja, und du? Wir müssen auf jeden Fall Messing sammeln. Messing und Blei. Ja, meine Taschen sind relativ voll. Echt? Nee, ich packe ein bisschen was ins Fahrrad. So, der Stack ist voll. Ähm. Silberklumpen. Ja, hatte ich nicht Gold auch? Ja. Nein. Das, 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 ne Mod. So. Messing. Ah. Na, Messing ist jetzt am wichtigsten. Und Blei halt, ne? Ich gucke mal hier in der alten Schabracke, ob hier, äh, ob in der Baracke hier, ob da Messingheizkörper drin sind. Hatte ich nämlich vorhin nicht geguckt. Ich ist doch doof. Hm, warte mal. Ich muss hier mal eine Tür öffnen. Sieht aber schlecht aus. Aus. Ich kann ja oben nochmal gucken, aber ich glaube nicht. Ach, ich seh jetzt hier auch nix mit Messingheizkörpern oder so. Dann findet man meistens, ne? Ja. Achso, die ist ja eingesperrt hier, die gute. Ach nee, warte, ich helfe euch aufwachen. Ihr müsst da richtig reinknüppeln. Also, siehst du? Schon ist die Barrikade weg. Ich bin nicht abgehackt. Das war frech. So. Schön zugucken, wie ich das mache, ne? Das nenne ich mal aufmerksam, mein Freund. Hast du das gehört? Hm? Ich höre dich abgehackt. Oh. Zwischendurch wie so ein Roboter. Okay. Hast du gesehen, wie das geht, ja? So. Hast ja auch genau hingeschaut. Hm. Hm. Jo. Warte mal, das Buch können wir lesen. So. Also, dieses Kürbisbrot, das bringt nur zwölf Nahrung. Das ist echt Schrott. Du bist Schrott. Du bist Schrott. Du bist ein Eichhörnchen. Hm. Ach so, ich muss das ja hier einmal reinpacken. Jetzt können wir das reparieren. Boop. Boop. So. Oh Gott, ich hab' wir sahen. Hä? Ich hab' wir sahen gefunden. Ich war gerade in Narnia. Jesus. Bringt nicht mal Geld, ne? Abwärts, bitte. So. Was haben wir denn? Das Haus haben wir weg. Ähm, blau. Wie seht ihr, ich bin ja schon wieder zurück. Da hinten könnte ich vielleicht nochmal schnell gucken, bevor ich nach Hause fahre. Wo bist du denn jetzt unterwegs? Och, ich hacke hier gerade Holz. Oh, das ist gut. Aber bei einer, bei einer Tankstelle, da wird auch kein Heizkörper sein, ne? Hier waren wir schon, oder? Da kannst du aber die Tanken abbauen. Die Säulen. Ja, für Benzin. Äh, nein, da kriegst du Messing, äh, geschmiedetes Eisen. Ach so. Ja. Okay. Wusstest du nicht, ne? Ne. Das ist mir neu. Äh, ich mach mal einmal meine Taschen leer, komm dann wieder. Dann können wir meine Quest abgeben und zwei neue Quest holen. Wir wollten ja eigentlich heute Questen. Wir brauchen vier Shitongs für den, ähm... Shitongs. Für den Wasserfilter. Ja, tausern wir. Aber ich verstehe nicht, ich war der Meinung, wir haben im Keller noch einen Wasserfilter. Ja, einen. Ich musste doch neu bauen. Ach, den hast du schon verarbeitet? Ja. Oh, hier sind verschlossene Kisten. Da geh ich aber nicht alleine rein. Da geh ich aber nicht alleine rein. Forger Headbuch. Äh, hab ich voll. Kannst du lernen. Aber wenn du, äh, wenn du, äh, Tool, Tool Digis findest, das nehm ich. Müssen wir hier in dieses Joe's USA gehen. Da sind diese Holzkisten, weißt du? Ja. Und eine Tasche liegt hier. Weil ich will da nicht alleine rein. Da musst du mitkommen. Äh, geht gleich los. Mh, Meißsam haben wir auch mega viel, ne? Ja, das brauchen wir. Bin jetzt ein bisschen zu essen. Ich glaube, hier ist eine Schreierin. Ah, ich bin nicht da. Ich auch nicht. Ist niemand zu Hause. Bitte gehen Sie weiter. Obwohl, wir gehen ja gleich zum Händler. Aber dann, ne, vorher machen wir hier einmal Taschen leer. Ein bisschen Ordnung schaffen. So, das geht rüber. Alles, das geht rüber. Ähm. Denk mal, den sehen hast du bestimmt. Sind mir gar keine... Doch, hier. Willst du denn gleich? Äh, ja. Ich will nur noch einmal, ähm, die Jetons einpacken. Und mein Fahrrad leer machen. Das geht rüber zu Jasmin. Das geht auch zu Jasmin. Das geht in die Munitionskiste. Das geht in die Munitionskiste. Ja. Das sieht aus, als ob das hinhaut, Jasmin. hier ist jetzt der eingang das geht noch rüber ach so hier patronen hülsen und so bekommt ja mit in die munitionskiste ja dass der schießpulver ist da auch drin das kommt im keller kohle packe ich im keller in die kiste das sind jetzt fast 12.000 und dann habe ich noch mal die händler kiste voll dass das mal gucken was haben wir denn hier voll aufgewertet ist der wertvoll naja ich verkaufe manche sachen einfach so wie die sind werden wir rein ok warte das können wir einmal verändern da kommt die mod rein so mehrwert das können wir auch verändern ok ich bin on the way zu dir ohne alles kaputt zu schlagen na bunny hopp raus aus dem schlag noch du händler händler ist da hinten so gehst du auch erst zum händler weil ich wollte einmal die sachen ja weg bringen ok dann treffen wir uns unterwegs wieder richtung händler irgendwo höre ich hier was ist ja nichts gehst du ach da wo bist du hier und du kannst mich sehen ja dann feier aber ich kann nicht sehen wo der händler ist wieso zeigt er mir denn so was denn ich dachte du kannst mich sehen ich habe mich gerade gewundert wo du steckst nein ich kann jetzt schon mal vorfahren damit ich die sachen schon mal verkaufen kann ich fahr zum händler jetzt hin verkauf dort krempel und blödsinn blödsinn einmal rechts und wieder links ein huhn läuft über die wiese 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 huhn auf der wiese bam bam oh das wäre jetzt so episch geworden wenn ich da einfach rauf gehopst wäre und rüber gejumped aber nein es soll ja nicht sein i want to ride my bicycle okay bevor es noch komplett kaputt geht so kann man einstecken cool guten tag mein freund ich glaube ich nehme das fertigung fertigkeit zeitschriften paket so jetzt möchte ich erstmal dein inventar sehen mein freund und ich verkaufe dir das mehr wir da nicht haben mindest abnahme ist fünf äh das, 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 das auch wieder fünf so hast du für mich äh furious home cooking get hammered natürlich nicht aber er hat hier ähm Wasserfilter so dann nehmen wir das einmal mit zeitschunder messing geil pump gun jasmin ja er hat leider nicht dieses äh die zeitschriften die ich brauche für den erdbohrer das ist ja schlecht so ich nehme nochmal eine aufgabe mit ne schön mach mal hin ey geh auch mal hier ran ey ich habe nur den Job wortel ja äh was haben wir denn hier schönes tool digits hier da haben wir es doch zwei bücher dann habe ich noch zweimal bauhunters und irgendwie so du hast bügen holzbogen holzbogen freigestaltet qualität 1 du hast klingen jagdmesser freigeschaltet okay das war's brauchst du noch schüttern hast du ein wasserfilter gekauft hier stück zwei für dich zwei für mich also du brauchst noch schüttern äh äh nee ich habe nur sechs ich du kannst mir welche geben wenn du die loswerden willst ja ich kann sie nicht doch ich kann sie nicht doch ich kann sie doch nicht ich kann sie nicht doch so was ist denn hier noch los äh hm so ich fange schon mal ein paar bäume zu hacken bis du da fertig bist mach doch du gehst jetzt fang an so mag ich das ja nicht haben hier okay das hat er gehört ja wieder bis auf dem auto gefahren wa er ist über ein busche landet ein busch babusch ja der ist hier auf stahlfelge und dann hat er der ist betrunken hergefahren wahrscheinlich wurde er von seiner freundin verlassen hat das auto denn angezündet das ist nämlich leichter brandschaden und äh dann hat er hier geweint du hast auch einen naja könntest du sein ne nicht lustig jasmin gar nicht lustig ja und da weint er schon nö 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 das gebe ich mir nicht jasmin wo ist denn der dude das bist du auch nicht du hä ich kann jetzt gerade mhm 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 er läuft jetzt mein Leben joo junge dame wollen wir zur quest gucken dass wir ein bisschen Messing kriegen äh das messinge gold ich möchte erstmal zu der tasche hier die du nicht genommen hast oh hier ist ja auch noch loot ne 90 Messing ja gut 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 good boy ich glaube nicht dass sie wirklich hier arbeiten oder Sir ja wir wollten doch eigentlich in die andere äh naja ich habe sie was gefragt ja ich wollte jetzt nur einmal wegen Messing looten alter was machst du für ein krach jasmin hier du musst das mal nehmen ich kann nichts mehr nehmen ich bin voll ich bin im laden wir haben geschlossen du bist so doof ey ja bitte mhm das Auto ich habe gerade getrunken ah habe ich und ich wollte jetzt nicht wegen dir aufhören zu trinken nein natürlich geht deine Gesundheit vor ja ja sowieso vor meinen Belangen mit mir zu sprechen mhm ach jasmin bitte das glaubt dir doch keiner so meine Quest ist auf der Rückseite dieses Hauses wollen wir hier einmal durchgehen oder wollen wir gleich erst zur Quest erst zur Quest bitte erst zur Quest da wird erst mal richtig das Ausrufezeichen missbraucht wo ist das äh am anderem Haus ich wollte gerade sagen das ist doch gar nicht ein Ding da wird erst mal richtig rauf hier so das ist nicht cool ich habe alles getriggert geil jasmin geh nicht ins Haus geh nicht ins Haus ja ich habe es schon gesehen du brauchst ey okay ich habe aber die Quest gestartet mhm habe ich gesehen kein Problem Sportschütze so die hätten wir schon mal dann wollen wir mal reinschauen hier und es geht wieder von vorne los das ist ja mega geil oh oh ne die kommt zu dir ich freu ich die Verstärkung ja ich freu ich die Verstärkung aber flott ich eile ich habe hier halt ne grüne scheiße ja ich muss auch einmal raus ouch es geht halt einfach echt nicht ohne Knarre ey ohne Knarre geht es nicht äh so äh kleinen Moment mein Freund weiße ich bin infiziert ja wir haben doch Honig ja ich habe ja meine Antibiotika ja oder so ist doch auch ein Wort hab ich mit bin ich doof ich schon ich weiß rat mal wie viel Antibiotika ich mit hab 0,0 so hier auch einmal nachladen und ne kaputte Hand hab ich ja mir ist ein Knochen gebrochen aber das wird wie da ist ey nur ein Kratzer das Problem ist wenn so ne grüne dabei ist ne ja die hauen es halt richtig aus ne Bücherstapel ich wollte erst hier äh sauber machen also ich hab jetzt den Knot weil ich hab ein bisschen Angst dass ich überrascht werde und du liebst doch Überraschung ja ich würde schon gern überleben hierbei ich hab ja auch gedacht dass die die ich gekillt hab auch tot sind und nicht dass die gleich nochmal wieder kommen äh weil die Quest war ja schon gestartet ah alter diese grünen geht mir auch okay brauchst du Hilfe? ne jetzt nicht mehr okay diese grünen sind halt mega ätzend ey äh jasmin bitte keine politischen Äußerungen hier im Spiel ja okay okay dazu sag ich jetzt auch lieber mal nix oh nein Achtung die fallen runter ich bin raus kann ich mich besser kommst du klar? wieso läuft der denn an mir vorbei? äh noch ja ich bin mir aber nicht sicher wie lange ich weiß halt nicht ob die wieder versuchen zu mir zu kommen oder ob die zu dir gehen äh brauchst du Hilfe? brauchst du Hilfe? äh ja ist das ein Ja? oh Lootback äh ja vielleicht eventuell mal sehen ich komm jetzt einfach mal hey ich hab dir doch eben noch in den Kopf geschossen ey das ist meiner okay guck du rein ne ich hab eh keinen Platz gerade auch ich versuch hier die ganze Zeit diese blöde Dose da mitzunehmen aus der Küche aber ständig krieg ich hier Besuch öh das ist meiner ich hab aber kein Platz da war ja ich wollte ja nur mal anmerken das ist meins äh wo war denn jetzt hier nochmal das Badezimmer wo ich hochgegangen bin warte mal da wo es stinkt äh meinst du? das war ein sehr frischer Raum oh kommt da noch einer? ne nicht wirklich ich hör's aber ich rieche ja ne ja äh 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 Garage guck ich gleich nach ich muss erst mal wieder nach oben hä säubere das Gebiet wir sind noch nicht fertig ne ne wir waren ja auch noch nicht in der Garage aber die ist so ah aha da macht was hier war noch einer so ich muss ja hier was suchen du nicht? ne nur säubere das Gebiet das einzige was ich hier suche ist das verflixte Badezimmer also wir waren ah hier wir waren halt noch nicht äh im Keller und noch nicht in der Garage ne so ich glaube ich muss in den Keller äh ist das hier die Garage? ja so hier ist Schießpulver noch drinne Schießpulver? ach kannst du nicht mitnehmen? ja hm in der Garage denn ja? ja wo ist jetzt hier der Keller? ähm da wo ich hochgegangen bin ist ein Loch ich hab hier so ein Messingheizkörper also bist du in dem Loch drinne? ne ich bin ich bin oben kannst du gleich mit runterkommen? ja ich müsste hier meine Tasche holen ja das würde ich tun glaube ich weil der zeigt mir hier was an also ich hab hier keine Tasche ich muss nur das Gebiet säubern ja weil mir zeigt er in elf Metern aber was an hm 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 ich bin nicht weit uuuuuh habe den Hauptblut gefunden das ist schön ja ich warte auf so schade schade okay schade schade Schokolade so zweimal Beiring und noch ein Buch das wir schon beide haben mhm mhm keller sagst du ja ja hier das Loch beim Badezimmer mhm warte ich will nur einmal nachladen was ich nachladen kann okay denke ich mal dass das hier sein muss ähm warte 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 bevor wir da reingehen äh kannst du zurückgehen bitte ja kann ich nicht oh nein wir hängen ineinander fest hey was ist denn jetzt komm hier hoch okay stell dich ja muss dann genau stell dich mal da hin irgendwie ich werde jetzt was hochlocken hast du geladen ja hänge 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 mei oh mei das war doch geil alter wie wir die flankiert haben SWAT team hier sind noch Spitzen drin also die kann ich nicht nehmen ja ich auch nicht äh ich hab deinen Schießpulver auch noch nicht genommen aber ich kann es auch nicht mitnehmen ich müsste was wegschmeißen achso der hatte mir hier angezeigt wegen dass hier noch welche sind aha der Punkt ist jetzt weg aha ja sonst ist hier unten nix ne doch ein Rucksack ach und was war drin hm weißt du selber hm weißt du selber nein Kamofleisch cool kann ich mitnehmen dann können wir eigentlich jetzt nochmal zum Händler und dann zu deiner Quest ne oder wollen wir nach hause erstmal ich glaube ich müsste erstmal äh leer machen wa ja musst du dich hinleeren jetzt waren wir oben hier überhaupt schon ich war oben was gibt's hier so nix jetzt nix mehr messing schießpulver kartoffelsporen ne nix hat er recht hm hä ja was hä achso ich dachte man ist jetzt oben hier Dachboden schreibtisch unberührt ein helm so Toilette ist auch leer oh oh ja ich guck nochmal wegen Brief hier ne ob hier ein bisschen Post oder so ich soll das verwalten weil jetzt haben sie mich gefragt solange wie die in Urlaub sind ob ich da mal nach der Post gucken könnte hm hm hab auch die Blumen schon gegossen ja Patrick boah Bild ne hm ganz toll hm das hört sich nicht ernst an nö sollte auch nicht ernst klingen du meinst es einfach nicht ernst nee äh erstmal nach hause hast du gesagt ja jo da ist mein Bett mein Bett das ist da wo ist denn meins auch ich bin in falscher Richtung äh oh ich war zu dicht am Stacheldraht wo ist mein Fahrrad ist das nicht eingesteckt ja oh mein Gott ja ich hab's eben nicht gesehen ach Hilfe ah du siehst das Fahrrad vor lauter Luftpumpen nicht ne sagt man ja so na die größte Luftpumpe sitzt gerade auf dem Fahrrad das hättest du mal zu mir sagen soll hm gleich hm ich sah gerade richtig aus wie ein Tier hm glaub ich denn nicht oh ein perfekter Sprung so ein Briefkasten hier sind mehrere ja aber ich dachte eben vielleicht finde ich ja nochmal tooldurch ist war hier eigentlich noch was drinnen hm 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 die Post ist da oh oh der hat sich gelohnt wie der Wagen der Wagen ja die Autos musst du mal kontrollieren Schätzchen ja wenn du schwarze Bücher hast für mich bitte nö seh ich gar nicht ein hm ich hab gar keinen Wasserfilter für dich fällt mir gerade auf ja macht nix hab ja einen äh äh hast du Blei? na sicher ich auch schön für dich und was ist jetzt von mir? ach da ist er ach ja ja so dann kann man nämlich nochmal looten gehen und etwas farmen und dann kann man die Folge drauf schon wieder in ein Farmer bauen äh bei dir ist irgendwo eine Schreierin willst du mich verarschen jetzt? nein ist richtig ey ihr wollt mich doch verarschen ne der war's nicht ja ist mir klar sie hat noch nicht geschrien wo ist sie denn? da war sie ich weiß nicht ob das gezählt hat äh ich seh noch nix doch scheiße verdammte Axt kommen die zu dir? einer war da satt einer einer ist keiner sag ich immer ja der kann ja zu dir kommen ja kann er gerne tun der läuft halt nur er hat nicht geschrien wuh war Glück glück im glück glück im glück jo so jetzt muss ich erstmal wieder oh der aussortieren hab ich denn überhaupt alles erst mal Dosen hab ich ganz viel und der Rest geht wieder rüber ne 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 warte mal ich hab doch das kommt noch da mit rein und jetzt geht der Rest rüber Jasmin bist du zu Hause? ich wollte dich mal besuchen komm du ja ich hab gerade Kaffee gekocht oh geil hast du auch ein Stück Kuchen dazu? nee ich will immer hier vorne bei dir hochgehen aber du hast die Karte versetzt du auch oder was? ja ja vorhin eben so 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 Hunger hab ich auch Magnum Munition davon kriegen wir immer mehr und wir haben keine Knarre dafür ja äh hast du Schießpulver hier schon drin? ja so Geld Pferbände und Gammelfleisch und Co sehr steril ne das Gammelfleisch kommt zu den Verbänden mhm willst du nicht lachen? ne wieso? du lachst doch sonst auch so alles ach Jasmin das ist doch nicht witzig das ist traurig ne das ist überhaupt nicht steril hat ein Haar im Gesicht ha 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 ist auch nicht steril ist auch nicht steril so äh äh den Pferbände ich straß hier nochmal mein Messing konnte ich jetzt decken meinen Heizkörper kann ich nicht reinschmeißen aber das ist ein Blei so ich hab den mal in die Ausgabe gepackt ne mhm für deinen Messinggrill äh das kommt rüber dies 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 jetzt noch ein Rohr war ich gar nicht an der Kiste ne scheint nicht so ne äh das haben wir Fleisch noch weg mhm meine Wenigkeit denke oh das ist ja ne bessere Pstole hab ich ja noch gar keine Wut drin äh das wollen wir einfach verändern Dork so äh was hast du für ne Pistole welche Stufe ähm zwei willst du ne Vierer oh ja her damit ja hinter dir also neben dir oder Wasserfilter und und das ist ein Ballermann wa Ballermann gut für's sein hier mein Herz schlägt nur für Ballermann Ballermann wie geht's weiter ich hab gerade gesungen mein Herz schlägt nur für Ballermann dann kann er dann kann er wie nämlich wo kann ich denn welche aufstehen eigentlich da da kommt ja der Helikopter Landeplatz hin Helikopter Landeplatz kommt da hin Helikopter Landeplatz da hin da hinten ist ja die Britsch zum Gewächshaus dann wollen wir noch eine Tiefgarage da irgendwie und vielleicht müssen wir hier nochmal eine Hochgarage machen und wenn ich schon eine Tief- und Hochgarage hab vielleicht nochmal eine Seitengarage für das Auto so und Fahrstuhl Fahrstuhl für's Moabit jo jo Wasserfilter ich weiß echt nur nicht wo ich den hinschmeißen wollen würde hier ist jetzt alles so ein Würmer oh Gott hier kann ich ja auch nicht mehr richtig rausgucken Waterfilter hier muss ich einmal nach oben ah bei dir kommt man jetzt gar nicht mehr hoch hier ne wo denn hier aus dem Loch welchem Loch ja das soll sowieso das solltest du eigentlich hoch machen noch hoch und dann so zu in dem Tau-Sammler weißt du ja ich muss ja das geht ja anders ich komm nicht mehr hoch ich wollt eigentlich einmal kurz hier rüber luschern und mit Pläne mach mal hier mach mal hier ein Loch rein da hinten wo die wo die noch nicht aufgewertet sind hier dann kann ich den nimmst du das raus dann stell ich da nämlich den Tau-Sammler gleich hin und dann kannst du das einmal zumachen so hoch und oben dann zu ja ich muss dafür erstmal hoch warte mal warte ja ja lass mal her dann geh doch geh du doch ich nimm mir erstmal den Tau-Sammler her ich will mal gucken was ich dafür brauche noch ich habe keine ja egal ich stelle mich hierher so hier einmal geht immer noch nicht von der Höhe oh je das würde aber ein Schornstein ne ist dir schon klar ja macht nix mach einfach zu damit die Vögel hier nicht dann müsste es jetzt oben zumachen gehen oder kleinen Moment ich bin runtergefallen also so jetzt würde es gehen aber dann achso hier in der Mitte ähm wenn wir den auf die Innenseite packen achso weil der Klotz ist ja nach außen Klotz ist nach außen okay so geht's nicht nicht so wie wir das wollen oder wie ähm das teste ich gerade aber so wäre der freischwebend ja okay wollte nur auf Nummer sicher gehen so aber hier da fehlt noch einer hinten ja kleinen Moment und das hält auch ja gut das hält ja warum bist du einen da so drüber weil ich die Kästen nach außen gemacht habe das passe ich aber gleich an was machst du da jetzt noch ich gehe nur ein bisschen breiter okay so das heißt der Kasten ist ja jetzt nach oben dann drehen wir den ganzen Schmarrn hier nochmal kann ich hier schon den Tau-Sammler hinstellen den anderen äh ja theoretisch ähm kannst du das nämlich nochmal machen wenn es gehen sollte du bist im Weg jetzt hat er da das Holzding hingestellt ja ich bin hier gerade am äh strugglen ja scheiße wieso geht das nicht ja doch warte dabei ein zurück so ja ich finde das halt einfach schöner und gemütlicher wenn es zu ist das beruhigt mich ja 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 fühle ich ja ich bin zeit still ähm ist das so richtig ja ne es ist gerade alles eingekracht ok war gerade nicht so richtig wie ich mir das gedacht hab du machst das schon ahoy ich muss den anders bauen ach man ich wollte die folge gar nicht so lang machen jetzt ja es tut mir leid und jetzt hänge ich hier wieder ja ich kann das alleine nicht das ist mir zwei die zwei reichen erst mal das kannst du auch drei kriegen jetzt brauchen wir eine corner ja 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 hättest du die nicht auf gleicher höhe stellen können was die tausammler ne ging ja nicht eben ja ja weil hier oben das gitter noch ist ging das nicht na egal wir machen jetzt so ich wollte gerade sagen mach da einfach rüber und dann ist gut triggert mich ein bisschen ne ja nicht deiner bruder ne aber das ist schon äh ja was soll ich machen ne ist ja ist ja in Ordnung ich beschwere mich ja nicht ne jetzt habe ich diesen 3D-Block aktiviert jetzt geht er mir die ganze Zeit wieder auf den Sack damit so so danke ne ich bin noch nicht fertig also das ist ne Ecke da müssen wir den da hinten noch setzen und drehen jetzt darf ich nur nicht wieder durch die Löcher fallen den einmal gespinned und hier nochmal direkt mal auf die andere Seite das geht dann glaube ich leichter so und zwei hoch das reicht glaube ich auch ne so okay wir versuchen das jetzt mal so und dann zu verbinden ja das mit diesen dünnen Gitterstäben ist das manchmal ein bisschen umständlich zu bauen wenn ich jetzt nochmal klicke kann der das deaktivieren bitte danke danke wäre sehr nett toll jetzt habe ich einen falsch gebaut oh jetzt habe ich wieder einen Knopf gedrückt sehr schön so so äh 2-2 da müssen wir nochmal höher gehen sonst kriegen wir Evento-Probleme mit dem Dach aber muss ja nicht sein ne so das heißt der muss so so gut äh jetzt einmal auf dem Boden legen es wird das ist gut dankeschön es würdet es würdet so die Ecke naja es wird doch schon ja ja aufwerten kannst du alleine ne ja wollte ja eigentlich auch die Zeit nutzen und weiter looten damit ich dann irgendwann bei mir bauen kann nö so gegen Nacht aber natürlich nutze ich jetzt den Tag hier zwei Stunden um dein Dach zu erweitern ja danke ja gerne doch ne so bin ich ja ich weiß so ob wir denn morgen aber zum Bauen kommen wer weiß vielleicht wird gelootet vielleicht wird gebaut das müssen wir mal sehen wie es sich am besten ergibt ich hoffe ihr seid auf jeden Fall mit dabei wir sehen uns morgen haut rein tschüss tschüss